Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal SailorDream ASMR. Ja, und heute gibt es endlich das langersehnte Namensvideo. Ich habe euch ja in dem anderen Video aufgefordert, eure Namen drunter zu schreiben. Das habt ihr auch fleißig getan. Das sind über 50 Namen, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und ja, die werde ich jetzt nacheinander einmal vorlesen. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video gefällt. Und wenn ihr öfter so eine Videos haben möchtet oder beziehungsweise vielleicht mal ein Q&A, dann schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Und ich würde auch direkt sagen, let's go! So, meine Lieben, ich werde die Namen von meinem Handy aus vorlesen. Weil, wie gesagt, ihr habt ja die Namen unter dieses eine Video geschrieben. Genau. Und mir schweine warm. Okay. Wir starten mit dem ersten Namen. Und zwar Rachel. Rachel. Hallo, liebe Rachel. Ich hoffe, es geht ihr gut. Rachel. 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 Weiter geht es mit Moritz. Hallo, lieber Moritz. Moritz Hallo lieber Moritz Moritz Weiter geht's mit Pascal 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 Hallo Pascal Hallo Pascal Ich hoffe es geht dir auch gut Pascal Eileen Eileen Hallo Eileen 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 Pony Hallo Pony Wie geht es dir? Pony 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 Lara, 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 Lara. Amy, hallo Emmy, wie geht es dir? Emi, 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 Emi. Weiter geht's mit der lieben Sandra, aka SunArt Awesome Air. Ist auch einer meiner absoluten Favoriten hier auf YouTube. Und ich werde euch den Kanal auf jeden Fall verlinken. Sandra, Sandra. Hallo meine Liebe. Sandra, 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 Sandra. Hallo Sandra, 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 Sandra. Sandra, Sandra. Weiter geht es mit Serif. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Du hast mir extra hingeschrieben, wie man das ausspricht. Deswegen hoffe ich, es ist jetzt richtig. Serif, 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 Serif. Das kann ich einfach so schnell zu sagen. Serif, Serif. Hallo Serif. Hallihallo. Serif, Serif, Serif. Als nächstes geht es weiter mit Kiri. Hallo Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Das ist wie aus der Werbung. Kiri, Kiri. Hallo Kiri. Kiri, 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 Kiri. Jetzt kommt, da weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Und der Apollo fängt gerade an zu träumen. Oh. Hört ihr das? Das lasse ich drin. Und meine Haare puffern schon wieder auf. Es ist so warm. Also. Wasi. Wasi. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wasi. Wasi. Wasi, 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 wasi. 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 Wasi, 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 wasi. Wasi, 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 wasi Tem, 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 Tem. Tem, 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 Tem. Tem, 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 Tem. Tem, 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 Tem. Tem, 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 Tem. Tem, 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 Tem. Hallo Dennis, 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 Selvi Flüster, Selvi Flüster ist auch eine ganz, ganz tolle ASMR-Artistin auf TikTok und auf YouTube, werde ich euch auch auf jeden Fall verlinken. Und danke, dass du deinen Namen auch reingeschrieben hast, liebe Selvi Flüster, Selvi Flüster, Hallo liebe Selvi, Selvi Flüster, Selvi, 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 Selvi Flüster. Jetzt kommt der Bernd, Hallo Bernd, ich weiß, du hast dich auch sehr auf dieses Video gefreut und hast auch regelmäßig nachgefragt. Bernd, 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 Hallo lieber Bernd, 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 Bernd Dori, 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 Dori. Da muss ich gleich an den Film denken, will es mein kleiner Schwibbespappel sein, liebe Dori, 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 Dori. Jetzt geht es weiter mit Missy, ist auch ein schöner Name, Missy. Missy, 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 Missy. Jetzt kommen wir auch zu einer ganz tollen ASMR-Artistin und zwar Ricarda. Hallo liebe Ricarda, schön, dass auch du deinen Namen unter dieses Video geschrieben hast. Ricarda ist auch eine ganz, ganz tolle YouTube-ASM-Artistin und sie macht auch Twitch. Ist richtig, richtig toll, eine richtig mega entspannte Stimme und werde ich euch auch natürlich verlinken, ist ja ganz klar. Ricarda, Ricarda, hallo, 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 Ricarda, 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 Hallöchen, Ricarda. Alice, 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 Alice. alles. So, da muss ich ja mal gucken. Hier weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich das aussprechen soll. Ich denke mal, den Namen werde ich im zweiten Teil mit aufnehmen. Da muss ich erst nur schreiben, wie man das oder der Person schreiben, wie man das richtig ausspricht. Deswegen überspringen wir das jetzt einmal. Dann kommen wir jetzt einmal zu Mia. Mia. Hallo, liebe Mia. Ich hoffe, es geht ihr gut, liebe Mia. 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 Liebe Mia. Hallo Mia, 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 Mia. Jetzt kommen wir zu Jana, Jana. Hallo Liebes, Jana, Jana, Hallo Jana. Hallo liebe Jana. Lukas, Lukas, Hallo Lukas, 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 Lukas. Hallo lieber Lukas, ich hoffe es geht dir gut, Lukas, 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 Lukas. Jonas, Jonas. Hallo lieber Jonas, 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 Jonas. Auch dir vielen lieben Dank, dass du deinen Kommentar unter diesem Video geschrieben hast. lieber Jonas, 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 Jonas. Paulina, 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 Paulina. Paulina 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 Hallo Paulina Als nächstes haben wir Eva Eva Hallo Liebe Eva 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 Marita Marita Hallo Marita Ich hoffe es geht dir gut Marita 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 Hallo Marita 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 Lorraine Ich hoffe ich spreche das richtig aus Lorraine 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 Hallo Lorraine 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 Hallo Lorraine 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 Luca 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 Hallo Luca Lania, Lania. Hallo Lania, wie geht es dir, liebe Lania? Lania, 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 Lania. René, 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 René. Hallo René, ich hoffe es geht dir gut, René, 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 René. Okay, jetzt kommen wir zu einem weiteren ASMRtisten und zwar den lieben Jonathan. Auch hier werde ich euch natürlich den Kanal hier verlinken einmal YouTube und TikTok oder eins von den beiden, weiß ich noch nicht. Hallo lieber Jonathan, ich liebe deine Videos, lieber Jonathan und der macht auch ganz, ganz tolle TikTok-Livestreams. Jonathan, 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 ich hoffe es geht dir gut. Jonathan, 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 so weiter geht's mit Alice Dave. Alice Dave habe ich jetzt noch schneller angekriegt, als ich dachte, Alice Dave Hallöchen, Alice Dave Alice Dave, Alice Dave, Alice Dave, Alice Dave Alice Dave Hallo, Alice Dave, wie geht es dir? Alice Dave Alice Dave, Alice Dave, Alice Dave, Alice Dave Carol Carol Ich hoffe, ich spreche es richtig aus Carol 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 Hallo, Liebes Carol 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 Ist auch ein kleiner Zahnbrecher Carol 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 Hallo, liebe Carol Carol Naomi Conzita Naomi Conzita Naomi 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 Konzita 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 Naomi Konzita 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 Schön, dass du auch deinen Namen unter dieses Video geschrieben hast. Die liebe Michelle ist auch eine ganz, ganz tolle Zuschauerin von mir. Auf TikTok, auf YouTube, auf Twitch, überall. Wirklich vielen, vielen Dank für deinen geilen Support, Emma. Vielen, vielen Dank, Michelle. Michelle, 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 Michelle. Ich werde den Kanal von Michelle auch einmal verlinken. Sie ist keine ASMR. Aber sie macht Harry Potter Content. Und ich liebe Harry Potter. Und ganz, ganz viele Leute draußen auch. Deswegen werde ich euch das auf jeden Fall verlinken, damit ihr das finden könnt. Michelle, 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 Michelle. Hallo, Michelle. Wie geht es dir, Michelle? Michelle, 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 Michelle. Michelle, 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 Michelle. So, dann kommen wir einmal zu Jason. Jason. Hallo, Jason. Jason, 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 Jason. 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 Und es fängt an zu regnen. Yeah. Jason, Jason, Jason. Könnt ihr das hören? Ich hoffe, ihr könnt das hören. Jason, 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 Jason. Jason, du sorgst für Abkühlung. Mega. Jason, 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 Jason. Jason, 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 Jason. Oh, Leute, mir ist so, so warm, ey. Also, euch fällt das bestimmt auf. Meine Arme, meine Haare ploppen so doll auseinander und boah, die kleben irgendwie gefühlt überall am Hals. Es ist richtig furchtbar, wenn man lange Haare hat im Sommer. Ernsthaft. Richtig schlimm. So, jetzt kommen wir einmal zu. ignbody live. So, jetzt kommen wir mit Louisa-Marie. Louisa-Marie. Hallo Louisa-Marie. Louisa-Marie. Hallo Louisa-Marie. Louisa Mahi Als nächstes haben wir Fabian, Fabian. Hallo lieber Fabian, 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 Fabian. Fabian, 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 Fabian. Fabian, hallo Fabian. Wie geht es dir, Fabian? Fabian, 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 Fabian. Dominik, Dominik. Hallo, Dominik. Dominik, 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 Dominik. Dominik, 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 Dominik. Dominik. Hallo Dominik. 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 Ermin. Ermin. Da muss ich gleich an Attack on Titans denken. Ermin. 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 Hallo Ermin. 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 Hallo Ermin. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie man es ausspricht. Maya. Maya. Ich hoffe, es ist richtig. Ansonsten schreib den Namen einfach nochmal rein. Dann mache ich das nochmal einzeln. Ich hoffe, es geht dir gut. Und dann kommen wir auch zum letzten Namen. Und zwar Kurenkalter. Ich hoffe, es geht dir gut. So, meine Lieben. Dann sind wir auch fertig mit dem ganzen Namen. Es waren echt ziemlich viele. Das hätte ich nicht gedacht. Richtig, richtig cool. Ich werde das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Wenn ich irgendeinen Namen vergessen habe, da gucke ich gleich nochmal rein. Weil einen habe ich ja auf jeden Fall nicht reingenommen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie ich den aussprechen soll. Deswegen, da muss ich nochmal nachforschen. Und das werde ich dann in einem normalen Video von mir einbinden. Quasi. Damit derjenige auch seinen Namen vorgelesen bekommt. Also da bleibe ich auf jeden Fall dran. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Und ja, ich schmelze jetzt erstmal weiter dahin. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine gute, gute, gute Nacht. Schlaft schön und bis zum nächsten Mal.